Ich bin Konstant. Das ist mein erster Arbeitstag. Möchtest du hören, was es heute zum Mittag gibt? Nein. Okay. Kann ich's dir trotzdem erzählen? Warum sind sie so nett zu mir? Weil die Welt nur nicht mitgefühlt zu retten ist. Ich hab auf der Welt nicht mehr viele Leute, mit denen ich reden kann. Jede Nacht betete ich zu Gott, er soll mich nicht aufwachen lassen. Doch offenbar war seine Antwort Nein. Nein, Konstant. Du hast auf dieser Welt was zu erledigen. Ich bin top. Freut mich. Ich bin schwanger. Glückwunsch. Es ist von dir. Meine Frau. Du musst verstehen. Tut mir leid. Ich will nur den Menschen helfen. Ich will nur mein Leben in den Dienst der Gütterste. Ich will nur mein Leben in den Dienst der Gütterste.